Okay, ähm... Dieses Mal sind wir wohl irgendwie random aufgeteilt worden. Ja, diesmal bin ich zuerst in der Verteidigung. Hm. Hahaha. Alter, das geht ja auch erst hoch und dann im Zickzack-Muster bei dem Teil. Ist ja krass. Und... Vier. Und... Seitdem habe ich das Thema für den auch noch dabei. Da haben wir ein Rifle-9-Sniper. Jetzt beißen wir uns hier grad gegenseitig... ...die Zähne aus. Einfach nur, weil da irgendeiner nicht beikommt. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Endlich geht's los. Ich wollte schon hochgehen, mir eine RPG-7 holen. Und damit erstmal... Was ist mit dem Helidos? Mit der RPG-7 wollte ich dann erstmal den Tank abschießen. Vielleicht klappt das der dann schon. Oh. 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 Wattensack-Gesicht. Ähm. Ja, wie wär's, wenn wir den alle schon mal mit nem... ...E2-Open. Ähm. Genau. Wir empfangen den Tank... ...erst mal mit ner RPG-7. Oder unsere Gegner. Je nachdem. Ha 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 ha. Ha ha ha. Und tschüss. Yay. I destroyed the enemy tank. Jetzt hab ich aber keine... Jo. Keine gar nix mehr. Ich könnte mal ne Waffe gebrauchen. Irgendwie, ähm... Mit der Pistole jemanden killen ist schon ein bisschen schwierig. Äh. Ja. Kann man mit der eigentlich... Ne. Mit der kann man noch nicht mal zielen. Nicht mal im Ansatz. Ähm. Der Sniper hat da ne gute Position. Wieso? Ach, das war der Fallschaden. Ich wollt schon sagen. Äh. Knapp daneben ist auch vorbei, gell? Wenn man erst ein bisschen zu viel zuckt. Achso. Ich wollt ja auf Sniper gehen. Da kann ich von... ...ner Position, die ich mir immer... ...äh... ...gesucht hatte. Und zwar weiter hinten, als man eigentlich denkt. Äh. Kann man da... ...eventuell noch... ...runterschießen? Ho. Das war knapp. Wo. Laden wir mal nach. Hoffen wir mal, dass hier grad nicht jemand um die Ecke springt. Ach komm, die hätte ich doch mal erledigen können, oder? Dann laufe ich mal mit der wieder rum. Ach du Kacke, die sind ja jetzt schon hier. Das ist ja echt... Wow. Wir müssen die noch aufhalten. Hm. Bedeutet wohl, das wird nichts mit uns. So. Unsere Leute müssen in den Rücken fallen, das wird auch nichts. Das ist übel. Irgendwas muss man ja mal machen. Das Problem ist nur, man kann nicht viel machen. Sehr schön. Man muss sich hier irgendwie... Ja, hm. Durchschlagen. Und hoffen, dass man die irgendwie... Shit. Dafür bin ich noch nicht ganz so fit genug. Irgendwie. Ähm, ja. Na denn. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nochmal einen kriegen. Schön. Gehen wir mal hoch. Mir scheint niemand da zu kommen. Nachladen. Zielen. Ah. War ja klar. Aber hey, ich hab ziemlich viele Leute geärgert. Zwei gekillt. Und vier, drei angeschossen. Ist doch immerhin schon mal etwas. Hm. Da konnte man nicht... Da konnte man nicht... Genau, man konnte hier hoch. Ich muss mal aber in Bewegung bleiben. Das hatte ich gerade vergessen. So ein bisschen. Sechs Sekunden warten. Aber mit 15 Kills bin ich immer noch weit oben bei mir in der Liste. Selbst bei mir in der Liste. Da muss man sich mal überlegen. Ich bin doch nicht mal ein guter Spieler, wirklich. Nein. Drecksack ist das. Ah, der hat eine Waffe mit Durchschlagskraft von daher. Dagegen kann ich nicht anstehen können. Was er natürlich mit irgendeinem Kampfer jetzt in die Hand bekommen, was einen besseren Zoom hat. Da habe ich noch mal einige gekillt jetzt. So, jetzt ist die Hälfte von denen, die hier langlaufen, sind einfach im Moment Sniper, nehme ich mal an. Und im Endeffekt haben sie auch recht. Nein! Ah, der hat näher reingesummt als ich. Da muss ich auch mal dran denken. Ich habe ja zwei Zoomstufen. Na komm, komm, wo bist du? Na, shit. Das ist natürlich jetzt echt genial. Irgendwie muss man dann den Jungs von hinten mal den Rücken freihalten. Das klappt nur, wenn man wirklich die Ecke hier sauber hält. Und hier oben auch nicht unbedingt dran ist. Na, so war das jetzt nicht gedacht. Da haben wir einen, der die Stellung hält. Ah, schön, der hält aber echt lange die Stellung. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so lange schafft. Nein! Ah, Mann! Hm, hm, hm. Receive Point 3? Was? Okay. Dann eben mit der Knauer. Oh, die ist so cool. Aber auch so leise, das merkt man gar nicht. Schön. Tolle Granate, aber, äh... Da brauche ich gar nichts anfangen. Ähm... Gut. Bleibe ich mal hier ein bisschen stehen? Oder ne? Na? Aber hey, immerhin habe ich es ja angekratzt. Äh... Repair... Ist natürlich nicht so gut. Wenn der Tank repaired werden muss. Aber gleich... Werde ich mir einen Sniper nehmen. Einfach um... Äh, da. Sniper, genau. Kann ich mich einfach da hinstellen. Schön, der hat mich übersehen. Freut mich. Na, drei Sekunden haben sie ja. Drei Sekunden haben sie ja, in denen sie unverwundbar sind. Ähm... Von daher... Ach, komm, dieser Jank. Wieso bewegt er sich so unkoordiniert? Soll man denn da jeweils was anpeilen? Ach, verdammt. Ich habe den noch zucken gesehen. Jedes Mal aufs Neue. Aber ich bin nicht schnell genug. Außerdem gibt es nicht genug erhöhte Positionen, von denen man auch snipen könnte. Den einen hatte ich. Hm. Mal sehen, ob das noch klappt. Soll ich mich.